Eins, zwei, drei! Erst drei Stunden bin ich in diesem Land und schon hat jemand mein Auto geklaut. Who has my car geklaut? So schafft man sich in aller Welt, nette Freunde. Ich hab gehört, er wäre auf einer Auktion. Eine Million. Ja! Zehn Millionen? Ja, zehn Millionen. Zwölf, fünf. Wenn Mr. B. dein Wagen für irgendwas braucht, dann kriegt er ihn. Und das ist es dann auch. Okay, verklagen Sie mich. Oh, die Ming, die Ming-Wase. Ich hab gesagt, ihr sollt aufpassen. Trabi goes to Hollywood. Ich wusste gar nicht, dass ihre Stars hier auf der Straße begraben. Und man kann drauf laufen. Das schärfste Ding aus dem Osten und der schärfste Typ aus dem Westen sind nicht zu schlagen. Trabi goes to Hollywood. Brrrr!